Willkommen liebe Clasher bei mir und Thorsten Akatuto beim Clan True Warriors im Nachtdorf ja Nachtdorf Folge ich glaube die kam bei euch gar nicht mal so schlecht an kann man ja mal machen denn ich bin bh5 max out hier außer Mauern und Forschung also ich muss jetzt noch ein wenig etwas forschen nämlich die Kanone mache ich also in jedem Fall hoch 11 Stunden 50 Minuten ist sie schon mal auf 4 und ihr habt ja mitbekommen die Kanone bekommt auch noch mal so ein kleines Upgrade ich glaube der Speed wird abgebildet also sie ist etwas schneller am Standort schießt auch etwas schneller dann also hat nicht mehr ich glaube eine Sekunde war es wo die dann erst mal so ein Delay hatte nachdem sie stand und der Wirkungskreis wenn sie dann runter geschossen wurde und nur noch dort steht ist um ein Feld gewachsen also mal gucken ob man die nicht irgendwo einbauen können deswegen Thorsten macht die Kanone ja ich und ich mache ihr wisst das ich mache die Kanone natürlich ich bin max out das einzige was er mir noch anbietet ist die Gemmine und Bilderhall also der Rest ist komplett durch und ihr seht ich habe auch schon ein bisschen an den Mauern weitergearbeitet denn solange wie die Forschung jetzt laufen mache ich einfach die Mauern wollte natürlich also das möchte ich wirklich wirklich gerne ich würde echt gerne mit BH5 schon mal die 3000 Pokale erreichen und nicht erst mit BH6 ja deswegen gehe ich auch nicht auf BH6 sondern ich gehe natürlich auf BH6 wenn mein BH5 Max ist aber ich hätte gerne die 3000 Pokale vorher schon und vielen Dank nochmal an die vielen vielen Kommentare unter meinen Videos vor allen Dingen auch unter der Basebilder Geschichte hier denn ich bin ja schon auf 2800 Pokale gekommen habt ihr ja gelesen bzw gesehen oder gehört in meinem Video und habe eigentlich ja diese Base ist hier das auch eine max out immerhin 5er ja ist ja schon mal nicht schlecht aber nach wie vor bin ich mit Bodentruppen ja nicht so gut zu Fuß aber wir nutzen sie ruhig wir haben ja vier Stück von den Kollegen hier nehmen die Barbaren hier mal mit ins Deck rein und und den Helden denn ich kann hier oben schon immer ganz nett die Mauer aufsprengen schon mal mit einem ja der macht die Mauer schon mal auf und dann nehme ich hier einfach rechts links auch noch mal so ein bisschen dass hier die Mauer aufgemacht wird die können mir ruhig sterben hier das macht nichts ich ziehe jetzt die Kampfmaschine rein und wenn die Dev jetzt gleich auf die Kampfmaschine so ein bisschen drauf rum prügelt dann nehme ich hier schon mal so ein paar Barbaren jetzt wird es aber Zeit hier für meinen zweiten Heini denn sonst rennen die mir alle ein bisschen nach außen hin den hätte ich vielleicht ein bisschen ersetzen sollen macht aber nichts ich zünde schon mal die Kampfmaschine mal gucken ob der jetzt nicht doch da wenigstens die Mauer aufmacht für meine Barbaren macht er auch die gehen jetzt mal noch ein bisschen nach außen aber jetzt gehen sie rein und ich kann den Helden nicht noch mal zünden ist aber nicht so schlimm mal sehen ob wir hier das Rathaus wenigstens mitnehmen ich denke mal das wird uns auf jeden Fall gelingen der Crusher wird uns natürlich gleich zermalmen gar keine Frage die Masse an Barbaren hier die geht da jetzt rauf und die schaffen den natürlich nicht mehr dafür ist er jetzt zu schnell und zu mächtig also 68 Prozent hier und mal gucken was der Kollege noch schafft ja er schafft eine Mauer also super sell ich wäre dafür dass eine Mauer 0,1 Prozent gibt oder so denn so viel Mauern wie die hier ja machen das kann man ja auch ein bisschen bewerten ich meine sie machen ja auch Gebäude am am Ende aber ich denke mal ein Mauerstück ja mein Gegner ist schon fertig da gucken wir jetzt so wie ich vielleicht noch die Kanone schaffe aber nein ich schaffe sie natürlich nicht mehr okay der Kampf hier ist einmal durch 68 Prozent und auch wir haben gewonnen super okay wir haben gewonnen der hatte seinen Helden nicht dabei entweder im Ausbau oder vergessen wie ich es ja manchmal auch gerne mache deswegen sage jetzt okay gucke ich unten genau hin sehr gut finde ich übrigens das Feature dass man hier oben über den Helden beziehungsweise über den Charakteren hier sieht was im Ausbau ist das ist bei mir jetzt nichts mehr also ich bin nicht mehr geschwächt oder sonst was und kann hier ganz fröhlich durch diese Basis marschieren hier das ist auch ein Fünfer Mensch nee ist schade schon 6er okay schon 6er und hat hier vorne den Crusher also nach wie vor muss ich sagen der Brützler tut meinen Bodentruppen viel viel mehr weh als meinen Luftruppen deswegen nehme ich hier an der Stelle meistens diese Kombi hier und hier vorne hat er jetzt natürlich sehr sehr verführerisch für mich schon mal den Bogenschützenturm den nehme ich ihn auch mit dem Held denke ich mal weg und komme jetzt hier wieder relativ gewohnt mit drei Minions jeweils auf den Seiten schon mal rein setze ich hier seitlich ein bisschen was und ziehe jetzt geradeaus rein den Rest der Minions der Held geht hier ich weiß gar nicht warum der da okay er geht jetzt da durch ja jetzt gehen die alle so ein bisschen auf eine Seite und machen jetzt nicht wirklich da obwohl doch die Luftbombe mal gucken ob die Luftbombe nicht darum geht das Rathaus oder die Meisterhütte wird in jedem Fall Fall Luftbombe geht jetzt nach da auch wenn ich die mit meinem Helden schaffe dann kann ich die 100% hier packen und noch mal gezündet der Held der Held ist noch gut dabei hilft jetzt bei der Meisterhütte und ja das ist gut dass er nach da geht denn dann können meine Luftruppen vielleicht noch den Crusher schaffen bevor der meine Heldenschaft mal gucken da ist noch eine kleine Bombe Mist ah ne das packt man nicht mehr okay das packt man nicht ist aber nicht so schlimm an der Stelle jetzt hätte ich natürlich von hinten vielleicht ein Minion noch aufbewahren können der von hinten dann so ein bisschen aufräumen mal sehen 65% ob es reicht reicht nicht 81 okay ja also ihr seht selber ich war jetzt nicht großartig im Nachteil das sind fast die gleichen Truppen die ich habe okay er hat die Barbaren jetzt ein Level höher das kann jetzt nicht so der super Ausschlag sein aber er hat hier halt ich will ja weitermachen aber er hat hier halt die bessere Base hier mit dem Borussia vor allen Dingen da drin also er tut dann schon weh aber er tut meinen Boden Truppen einfach viel viel mehr weh hier auch wieder als meinen Luftruppen und deswegen mache ich diese Basis hier nach wie vor ja ist einfach so ich mache sie einfach gern mit der Luft so hier gehe ich denke ich mal von hier aus vor jetzt muss man gerade schauen eine Luftabwehr Crusher eine Luftabwehr na okay wir gehen mal von nein wir machen den mal erstmal von hier mal gucken was der macht okay der macht das Lager hier 123 123 und jetzt die erst mal davor ein bisschen zum tanken und dann ziehe ich die diese hier ganz behende mal nach und komme hier ihr seht dass ich spamme nach wie vor hier die Drachen rein hat einfach den Hintergrund jetzt gucke ich mal dass der Crusher da fällt wo mein Held hingeht aber der geht nach da okay okay ich dachte jetzt er geht vielleicht geht er nach rechts aber nein er geht nach links runter und so habe ich keine Chance mehr die Mitte zu erreichen und in der Mitte sterben mir natürlich jetzt alle Truppen nicht durch den Bogenschützen Turm aber durch die Luftabwehr und spätestens dann durch den Brutzler okay 50% da kann man ja nur hoffen dass dann mein Gegner nicht so gut ist aber auch bei mir sind wenn es ein guter ist also der hier ist ja auch schon stark gemäxt auch auf fünf wenn es dann gute Angreifer ist wird er mich in jedem Fall zwei Stern das ist einfach so ich habe zwar jetzt schon ein zwei drei andere Dörfer benutzt aber so richtig wirklich gut waren die nicht und na gut ein Stern hat er gemacht 68 Prozent mit sogar schlechteren Truppen hätte ich fast gesagt mit schlechteren Helden also was hat er denn eigentlich noch auf der Pfanne okay Kanone hat er noch nicht den Bomber hat er ganz ausgelassen ja aber jetzt schon BH6 also no Chance hier für uns ärgert mich ein bisschen ist ein bisschen auf und ab hier ich muss mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren hier und dann wird das hier auch was ich glaube so eine Base hier die kann man ganz gut mit dem Barbaren machen so noch mal gerade geschaut ja ich glaube die kann ich ganz gut mit Barbaren machen ich nehme trotzdem die die Mauerbrecher hier mit rein ich weiß nur nicht von welcher Seite ich jetzt komme und mit was ich vor allen Dingen komme ich denke mal wir nehmen jetzt mal richtig die brutale Art hier ja also richtig was rein gefetzt hier und die setzen wir jetzt ja auch hier auch ja das wusste ich dass da so ein Springfall ist aber die machen wir hier schon mal auf und den Crusher kriegen wir sicherlich nicht dauernd mal gucken alle meine alle verloren alle verloren hier und da die auch noch verloren in einer Riesenbombe ach Gottchen naja so wird das natürlich nichts Thorsten hier mit den paar Prozenten hier das ist Butter nee das ist Essig heißt es ja immer oh ich habe das Town Hall gekriegt und 50 Prozent aber die Bombe hab's gerissen Glück gehabt Mann 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 Glück gehabt ihr bei den Angriff aber 50 Prozent ich denke mal das wird nicht reichen mal gucken also so ist das hier nach wie vor wir gucken ihm einfach mal zu und er ist noch mitten im Angriff hat jetzt schon hat er schon 50 Prozent 42 also bis zum Town Hall muss er mindestens kommen sonst bringt ihm der Sieg hier oder der eine Stelle nichts aber er hat jetzt auch schon den Helden auf 11 12 Riesen okay okay sind hier zwar nicht mehr ganz so viele über aber wenn er natürlich das Rathaus kriegt dann also die Bilder holt dann ist das sein Sieg aber 55 Prozent und nur Riesen am Leben ja den haben wir gewonnen Glück gehabt ja aus den Truppen kann man sicherlich mehr machen bei meiner Base keine Frage habe ich noch mal ein Muzzle gehabt die Sterne sind meiner und auch die Pokis wunderbar okay wir können noch ein aber ich glaube meine Glocke ist doch schon um naja die Glocke schon um aber wir können trotzdem noch mal einen machen schnell mal in mich gegangen und diese Base hier von uns okay diese Base hier die machen wir von ja eigentlich ich würde hätte ich fast gesagt die Räume von hinten auf machen wir auch wir müssen uns einfach mal ein bisschen was trauen anstelle der nehme ich jetzt mal die Sneakies mit mal gucken ob die mir jetzt was wächst nicken okay der tappt schon mal in eine Falle rein also jetzt lasse ich mal ganz ganz sachte angehen hier mal sehen ob der Bogenschützenturm so weit reicht denn das sind zwei Gebäude hier da brauchen meine Barbaren viel zu lange für deswegen können die sich das ruhig schon mal weg machen habe ich noch irgendwas wo zum weg machen ich denke mal erst mal nicht nicht wirklich das lassen wir mal so die nehmen wir mal noch denke ich vielleicht für ein Cleanup mit und könnte aber jetzt schon mal gucken wo mein Held hingeht das ist ja auch immer die Frage wo geht der Held hin deswegen kann ich hier sicherlich mal so Mauer einsetzen so der macht mir die Mauer da auf hält davor und wo geht er hin okay der geht dahin das macht aber nichts ich muss auf beiden Seiten so ein bisschen mit denen mit denen hier klären und noch gehen die jetzt endlich mal in die Base rein denn hier vorne liegt die Riesenbombe da lasse ich die erst erst mal rein tappsen denke ich mal liegt die da muss ja da liegt sie okay da liegt die Riesenbombe und dann schicken wir mal unser Sneakies hier noch mit rein für die letzten Prozent der Angriff war ja mal richtig schlecht okay der war der war ja mal richtig schlecht naja bei Thorsten das müssen wir noch üben die die Bogenschützen habe ich ja auch wirklich noch nicht so super viel benutzt war vielleicht doch nicht der richtige Gedanke hier der Anfang war gut das Ende war schlecht verloren nein haben wir gewonnen ich hatte mir gerade so die Hand vorm Mund haben wir gewonnen was ist das denn haben wir gewonnen wir sind auf 2,6 den gucken wir uns noch gerade an krasse Sache hier das Ding hier noch gewonnen also man 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 okay er geht von hier unten rein also entgegen unseres Kachas jetzt geht aber in der Regel geht er nicht durch die Mauer durch genau sondern geht zur Kanone die werden jetzt schön reingeschleudert und jetzt gleich nochmal weggeschleudert sehr schön also meine Doppelfalle wirkt an der Stelle wenigstens und in der Mitte sind die Riesen jetzt auch schon mal down und jetzt gehen natürlich die Sneaky Archer erstmal alles so auf die Mitten der vier und kriegen immer schön Mörserbeschuss und auch von meinen Bogenschützentümern ich denke einen oben einen unten ist ganz sinnvoll denn gerade jetzt auf die kurze Distanz macht der Bogenschützenturm ja echt schon enorm viel Schaden also ich habe da auch Respekt vor aber hat er nicht gut gemacht muss man an der Stelle auch mal sagen und ich denke mal ja das war es eigentlich im Moment mache ich hier nicht mehr ich mache heute beziehungsweise morgen meinen Bonus wieder und bleibt einfach bei mir dran ich werde wieder ein bisschen mehr Nachtdorf denke ich mal machen also Road to 3k oder 3k Pokale ist immer noch offen hier bei mir ähm morgen denke ich mal werden wir streamen habe ich ja in der Folge um 12 Uhr auch schon gesagt aber ihr seht auch morgen ganz sicher Clash of Clans und ein wenig Clash Royale mal wieder von mir lasst euch also überraschen bleibt bei mir im Kanal dran bis dahin euer Toto Clash Royale mal wieder von mir im Kanal bis dahin euer Toto Royale mal wieder mit mir das Video bis dann weiter los geht's bis dann wieder auf die Mitten der Folge